Tag, heute ist Dienstag, der 16. Februar 2016. 16.02.2016, das Datum konnte gut aussehen. Heute weiß ich gar nicht über, was ich mit euch reden kann. Ich muss das Video schneller fertig machen von gestern, allerdings nur die Musik hinzufügen. Das sollte relativ schnell gehen, eigentlich. Dann muss ich mal sehen, was passiert. Ich will eigentlich hier nicht so einen Vlog abliefern mit nur ein paar Bildern, nur ein bisschen Musik. Oh, ich hab gerade... Ich war gerade dumm. Ich lass hier Badewasser ein, würde ich sagen. Ich lasse hier Abwaschwasser ein und lasse das Wasser laufen und gehe auf die Toilette. Als ich wieder rauskam, steht mein Küchenbereich schon unter Wasser hier. Schon scheiße. Ich lasse hier Abwasch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Halt War ja bisher nicht so ergiebig, das Block Aber ich musste wirklich was tun Ich muss die Zeit nutzen, dann gucken, wenn man nicht da ist Und ein paar Minuten mehr Zeit hat, dann brauchen wir das Ihr wisst ja, die Prioritäten Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Oh man, heute war wieder so ein Tag wo Erst nichts mehr aufnehmen kam, dann fiel mir nichts ein Und irgendwie mich ärgert sowas Mich ärgert sowas richtig eigentlich Weil eigentlich möchte ich schon Blogs abliefern Die den Zuschauern schon irgendwas geben Also die schon irgendwie ein bisschen unterhaltsam sind Wenn ich dann so Tage habe, wo ich echt einfallslos bin Und nichts wirklich aufnehmen kann Oder nichts Besonderes passiert Das ist mehr als ärgerlich irgendwie für mich Das ist nicht schön Richtig lahm Scheiße Das gefällt mir echt nicht Solche Vlogs würde ich wirklich nicht abliefern Das tut mir echt leid Das ärgert mich sehr Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Und bis morgen Tschüss! Ach und eins noch Falls hier jemand von der Insel Usum zuschaut Und für sein Unternehmen Vorzugsweise Hotel, Restaurant Einen Social Media Experten sucht Fragt mich Ihr findet auf der Insel definitiv keinen besseren Und für sein Unternehmen